Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut mit Patch 5.24 mit meiner Wenigkeit als Gangplank in der Midlane. Und ja, vorab, Gangplank spielt man normalerweise nicht in der Midlane, sondern auf der Toplane. Das sollte an sich ja klar sein. Jedoch dachte ich mir einfach mal, warum nicht? GP Midlane kann man ja mal ausprobieren, wobei das in diesem Fall nicht so die ganz schlaue Wahl von mir war. Vor allen Dingen, weil ich gegen eine Karma Lane musste, die relativ aggressiv war. Aber man sieht selbst. Zudem waren noch ein paar Freunde mit dabei, unter anderem der Sivo, sowie der gute Julian alias Samurai Burger Cat. Ich wünsche euch von daher viel Vergnügen, wir machen euren Gameplay bis dahin. See ya guys! Was hat das denn jetzt aber zu tun, dass du nur Schmuchte siehst? Also wo Gangplank spielst? Manplank! Oh, du meinst! Manplank, manplank, manplank! Also schon, also die Armor Penetration auf den Fässern ist schon ganz schön spiel, wenn du darüber nachdenkst. Invades! 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 Was? Wollt flashen? Ja! Hab ich! Er ist gerade echt geflasht! Wir alle von uns wirklich Thunderlord haben! So wie sich's gehört, manplank! Gott! Go! Do it! Wir können die gegnerische Base rein! Gott! Wir können bis hierhin! Unserem Tank! Schmerzen! Genau! Nixi! Die kriegen mal! WTF! Ich hab irgendwie delayed, die wischen mal! Da rein da rein! Eigentlich soll das nicht direkt gehen! Egal! Da! Da! Get em! Get em boys! Get em boys! Oh! Oh! Nein! Oh Gott wir müssen break! Okay, Flash! Flash! 2 Flash, ja! Oh shit! Oh shit, die Mid-Lankhammer! Wow! So oder so weg, also! Oh die werden uns auch fallen! Dieser Schaden von der Kamer! Ich will das nicht! Ganz normal mit Mantra! Mantra! Vandalort! Vandalort! Die Mantra! Hoffentlich schaffst du's nicht! Das war's klar! Du bist ein Flash! Ich hab kein Land natürlich! Oh mein Gott! Du bist... S5, ja! Weil ihr auch so behindert backportet! Das war's nicht! Ja, ich konnte mein Flash nicht verlieren, weil ich den schon benutzt hab! Was ist das dein Ernst? Das trifft lächerlich! Und das war's nicht so, dass wir hier insurance haben nicht mehr dasselbe. Ah! Wie lass dich nicht nicht mehr so von mir auf den Mu that Iji governen. Die ganze Welt war's nicht zu. Du bist schon gar nicht schwer nachvollziehen! Dasselbe mich nicht zu año! Und du bist wie es dankbar! Ich wofür wir! Eyst du bist! ? Die Zeitgange bin! 3 Sekunden wieder hoch 3 Sekunden wieder hoch Aber du gehst nicht auf AD, oder? Du gehst echt auf AD Was soll man sonst machen als AD, Annie? Y gehen! Klar, Tank Y ist nicht Tank Ich bin nicht im Absatz Ich sehne wie ein Patient man Merseysicht mit meinem Hecht Oh nein, top lane, hab ich das Lowpuff von Gegner, das ist gut. Alter, bitte mach ich die Hälfte mir, du? Ach, jetzt ist der auch noch ein Problem. Ach, ich hab dieses Timing nicht drauf und Plank, 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 Plank. Plank, 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 Plank. Plank nicht. Ich kann jetzt aber Level 6 ganken. Ich glaube, ich habe eine 90%ige Chance, meine Bola zu treffen. Haben dann die Gegner die Ebola gefressen? 10% geht manchmal in eine falsche Richtung, weil ich meine Maus verrutsche. Ja, so nennt man das halt heute. Oh, das ist ja jetzt in Level 6. Ja, komm, komm, komm. Und dann wird der Wettbewerb. Loll Okay, ich höre hier zu nichts an Aber er hat keine Ultime Och, das ist doch so dumm, der hat einfach 2-0 vor mir Wo ich ihn auch getötet hatte Ich habe noch ein Bild Welcome to the real world, Jackass Pitch Ja, das Bild, das Bild einfach 2-0 auf Rippen Auto Rippen? Alles klar Rippen ist vollbild Longsword gekauft hat Juck Gehört nur mit Level 6 Ich weiß nicht, warum wir schon mal hatten, wie ich es vorgestellt hatte Oh, der immer noch hat Ja, was nicht Ich weiß nicht, warum ich nicht Untertitelung. BR 2018 Faggit! Was gehts noch wo? Top 10 kein Flash mehr Wir sehen uns noch, oder? Hotlane im Gewalt Überall Komm ich gar nicht Doch komm Space-Cut, wisst ihr doch nicht Er ist tot, oder? Hol dir, hol dir Bitte, bitte Bitte, du hast ihn nicht auto-attackt Oh Gott, ich dachte schon Wer entkommen wäre Nice Sehr schön Komm her, Mette bitte Ah, sie ist es Likama gleich tot Komm her Komm her Komm her, Mette Komm her Wir sind wieder auf der Lane 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 Träber ist es geworden Riff auf der Trenge auch Komm her, komm her Komm her Du bist besser auf der Lane Best Rango Du ist auf dir sitzen lassen Komm her, ist noch mit UltIon Oh ja, Top 10 Niiiice, nice Culling, son. Boah, wie shit ich hier gerade gedodget bin. Vielleicht solltest du wieder dazukommen? Ja, ja. Oder top lane gehen? Ich bin immer da. Ich habe kein Flash mehr. River ist gewartet, Tribush ist sauber. Lane kann ich dir nicht sagen. Nein! Da hat er an Bord, hier kannst du da lang gehen. Ich weiß nicht. Ich wollte nur zeigen, wer der Force ist. Der Force macht. Ja, der Force. Boah, ein... Das hast du dir da gezeigt. Find ich gut. Ne, lass, lass, lass. Donald nicht. Hast dich, hast dich. Best Karma. Nice. Erstmal ein bisschen Salz in der Wunde. Da ging's bei schön. Ne, lieber unterm Tower. Soll das ehrlich gesagt haben. Okay. Aber ansonsten... Oh mein Gott, was ist das denn für ein Damage auf einmal wieder? Wo hat der überhaupt geknallt? Das ist gut. Reneck, dann solltest du dich verhärten. Fuss. Ungelogen. Ja, du spielst ja nicht AP. Nein, 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 nein. Von Lucian. Ach so. Diese Hitbox. Meine Cues passen. Eine langweilige Todeszeit wird ihre Reward. Die Brot ist sehr schnell ausgezogen. Was heißt, der heißt Hit- nicht Hit-et. Hit-Hit-Hit-Hit. Ich hack meine Weg back to Basiswater. Wooo. Hit 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 Hit, hit hit. Ha ha ha. Wär mal cooles. Wär echt ein cooles Wort. Hit-Hit-Hit. Wie hättest du hocken können sogar? Der war irgendwie gerade ein bisschen... AAAAAAYAHHHHHHHHHHHHHH. Oh mein Gott, dass dich nicht hin zu tut. Na ja ja, rein müssen. Alter, werte mal erwachsen. Brrrrrrrrrrrrrrrrrr. Oh no, jetzt hat er.. jetzt.. jetzt geh ich in der Ecke rollen. Oh shit. Jetzt, jetzt. OH! Gehe ich mir meine Öl-KoA-To the real world. J-E-E-E-E. 6 Mitte, 6 Mitte, 6 Mitte. Sehr gut. 30 Sekunden wieder ulti. Ich werde die Karma ganken. Nochmal, weil du sie hasst. Okay, guck dir das an, Alter. Und meine Bohla nicht schlafen. Ich hab bei 2 Gang, aber ich hab den Polar nicht gekocht So, ich komm hier Das ist schon krass Ich steckte real MVP Ausrufezeichen Die sind weg Die meisten sind die meisten, die hier sind Ja, ja Okay, die haben meine Finger da weggemacht Trottage ist gewordet, kann ich nicht zu dem machen Und ein Freak hier? Kill? Rango? Ja, ist alles gewordet, selbst lane, also Ja, das ist Rango Der Blushen hat keine Mana mehr, der muss jetzt eigentlich weggehen Rango trifft zu wenig Ich hab kein Wort Nice Komm, weiter drauf, Ignite Guck nochmal oder eh nochmal nach hinten Au, ernsthaft Oh, nice, nice Hab ich nicht? Nein, healer raus Flash, healer, alles So, alles haben wir sogar Bot hat geile Summoners mehr Aber sowas wie hart Beide Seiten machen, easy Hast du den gerade gestolen? Ja Sorry Gestolen Warum Hat diese komplette Wave so wenig Gekäuft? Moment, warum hat die komplette Wave hier gerade Denen gehabt? Ich weiß nicht Hä? Ich kann's dir nicht sagen Ich kann's dir nicht sagen Ach Gangplank-Ulti wahrscheinlich Achso Ja gut Du hast keinen von beiden gekriegt Das ist äh Tja, das ist glaub ich Ebola getroffen, oder? Ebola 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 Wir gewinnen die lane, easy piece Oh, irgendwie sie noch so zurückkommt und so wahrscheinlich disrespekten wollte Alter, wird mal wachsen, nope Ich bin mir glücklich, dass sie mir auf die Eier geht Oh, guck dir das an Das ist einfach diese Boah, der Hardcore-ADC, der Junge Solucion-Main Lulu miss Lulu hat, äh Wie gesagt, Botlane hat keine Dums Botlane ist sowas von free gerade Vor allem mit einer Rangar-Ulti So ist die Sekunden wieder Ult Äh, River und Tri-Bash gewordet Ja, Gangplank lohnt nicht Lulu miss Lulu wieder da Ja, die trifft so wenig, äh, Skill-Shots Ist gut für uns Für uns Wie gesagt, äh Du kleine Ratte, ey Ist aber ne Katze Ja, ich hab keine Worte Kleiner, blöder Zack, ey Ist das nochmal Warte, hier ist jemand Ja, ja, hier ist jemand Warndes Ich weiß nicht, wie ich hab's nicht gesehen Kamer wahrscheinlich Ja, ich denke, nee, kamer nicht Wo war das denn? Boah, kamer nicht mit Zack kann das nicht gesehen? Irgendwas hab ich da gesehen, was der Engelauf ist What the fuck, was war das? Was hab ich da gesehen? Was hab ich da gesehen? Oh, man Komisch Kleine Mahl von einem Zack Guck mal da Äh, ich schmeiß wieder eine Lantern hin, Jay Na, ich kaufe noch schnell zwei Puts Ja, ja Der Tal ist weg Ja, ne, mach's nix Pass aber auf mit dir jetzt Hier gewartet Oh, meine Fresse Wieso misstickt man denn dauernd mit den Gangplanks? Kommst du dir eigentlich vor? Boah, das ist ein Double Fage Double Fage, Beste Komm mit, vielleicht kann ich Double Fage, Beste Double Fage, Beste Double Fage, Beste Ich komm, oder ich komm runter, wie gesagt Das, 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 das Das sein, oder? Warte Ich komm da entgegen, ich komm da entgegen Hier ist tot Nice Oh, nice War gut, bottom Wenn doch nur Tibas auf Adi skalieren würde Oh, komm, ich kann nicht nur noch einen Tower mehr fahren gegen den Nein, du hast ja einen Tower gepusht Oh, 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 zero, zero, zero Die ist gestunnt, ja? Die ist gestunnt Ja Die ist gestunnt Ja Hättest du eigentlich erwarten müssen, dass die gestunnt ist Irgendwie habe ich es ja erwartet Wie ist die gestunnt? Hier ist ein Sech Okay, wir letzten Na ja, kein Flasch Wir letzten haben keine Ulti Oh, 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 oh Oder wollen wir? Boah Okay Okay suck Der Rennick macht damage Wie solche Wieso? Vielen Dank Went local Will sie gehen? Für den Ach nee, oder? Oh, ich wünsch nicht, dass es Kasalien gespielt gegen das verdammte Kammer. Die ist so gerapet worden von mir. Töte sie, Pudding. Töte sie, als ob das kein Leben will. Ja, scheiße. Du bist jetzt da. Du bist jetzt da. Genau jetzt. Natürlich. Du siehst, dass ich dich betrachtet habe. Hauptsache ich bin gegen dieses Kammer geschwommen, das ist eigentlich das peinlichste für mich. Ich bin gegen dieses dumme Kammer, die absolut kein Skal hat. Always watch your back. Ich burn it all down, if I can't have it. Komm, Toplan. Ich bin für dich so zwei. Wieso hat der auch einmal, warum ist der mit 13? Ja, der ist die ganze Zeitwelle über mir irgendwie. So als ich ihn getötet habe und er mich getötet hat, weil er von der zweite Übung ging. Ja, ich kann ihn gebrauchen. Da ist er. Okay, zwei Borte. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Ich bin für dich. Natürlich, der stirbt nicht da rein. Zero. Komm mal. Da. Und er weiß es nicht. Oh, scheiße. Ich bin für dich. Was würdest du gerade sagen? Hier. Ich flashe O3, wenn sie zu nahe kommen. Es ist auf Kammerkompott. Ja, gestand ist er. Geflasht hat er. Oh, nice. Nice. Ah, gut. Da oben ist der Verkauf. Och, der ist wirklich immer da, wo ich bin. Egal, ob ich Top 10 bin. Aber Renekton liebt dich jetzt. Oh Gott, Renekton. Nein, ihn selbst nicht so, Renekton. Lauf. Oh Gott. Komm hier lang. Na gut, der geht nicht weiter. Okay. Nee. Ihr hättet aber auch nicht so weit vergessen sollen. Whatever. Können wir? Kann ich sogar ja. Ich hab noch Stun-Up. Vorur gehen. Darin. Oh, vergiss es. Da kommen Dings. Du bist tot. Ich kann es noch. Ja, wobei, das ist Ulti. Ebola. Ja, keine Ulti. Ich hab noch Ulti, nein. Nice, nice! Oh Gott. Hm? Da kommt noch ein Ulti. Ey, du hast ja mein erstes Blitzschluss auf dich. Und gleich hast du Ulti? Ah, nein! Nein, nee! Ja, kann ich nicht machen. Ohne Mana. We're the chosen one! Nein. Nein. Ah, ja. Im Stil, ich, im Stil, ich, im Stil, ich. Ich bin gleich da. Wir müssen uns reingehen. Auf geht's. 3, 2, 1. Nice. Alter. Ja, Mann. So muss das. Pass auf, da kommen noch die anderen. Ich lock mal. Hol die Lettern! Soll ich nicht! Soll ich nicht! Ich hab auch die falsche Rune dabei. Ich hab einfach meine Ethics wieder Rune. Du hättest kein Armor-Penal und Kulon Reduction. Und trotzdem zerfetzt die Leute. AP OP macht nicht mehr. Ja, aber besser hätt ich Armor-Penal und Kulon Reduction, ne? Dann würd ich noch mehr ficken. Naja. Naja. 3! So, was machst du? Nice. Ohhhh. 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 That's a good shit. Oh no. Ohhhh. Ohhhh. Oh, geh weg. Zero! Warum gehst du überhaupt dahin? Falsch dachte du überlegt. Überleb auch. Nein, ich stirb nicht. Ich werde niemals sterben. Haben die irgendwas sneaky? Oh Gott. Well clear. Barrel Mechanics. Kein Ebola getroffen. GG. Kama hat die ganze Zeit überlegt. Die mit ihrem Movement sind so schwer. Ja ja. Ohhhh. Sehr gespawned, sehr gespawned, sehr gespawned, sehr gespawned, sehr gespawned. Das ist so klar. So bin ich in 30 Sekunden ulti. Dann von der Seite auf. Wir sind in 1 Rang geulti, müssen Menschen sterben. Wir sind in 1 Rang geulti, müssen Menschen sterben. Holt jemand ab? Ja, ja. Hier ist ein Ward, ne? Komm auf jemanden drauf. Ich würde jetzt auf jemanden drauf gehen. Ja, weiter, 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 weiter. Ich krieg 2, ich krieg 2. Ja, ne? Sehr gut, wenn du flaschst. Du besser. Ich geh mal top lane und darf den wir nexten. Heilige Reichweite. Na, geh mal. Ich geh mal top lane. Ich geh mal wegspot. Na, top lane. Rango! Töte ihn! Wie ein Mann! Wie ein Mann! Wie ein Mann! Wie ein Mann! Ah, passt. Midlane, 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 Midlane. Pushen wieder. Hast du Ultineers nicht? Ich kann Flash-Ult, meinst sein muss. Das war klar. Oh, Rieskistan. Backiger Lucian-Oni. Lucian-Oni-Spieler, bester Lucian-Spieler. Ach, natürlich. Champ ist wieder stark in der Meta. Muss gespielt. Lefty of Doom. Ausrufezeichen. Fragezeichen. Nein, hör auf damit. Das war einmal witzig. Das war einmal witzig. Das war einmal witzig. Nie wieder. Nie wieder. Nein. 25 Sekunden Ulti. Ulti ab. Okay, komm, 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 komm. Komm. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wo sind wir Riffen? Nein! Wo sind wir Riffen? Nein! Ich geh hier Flash rein, ich Flash rein. Na, wir fahren. Oh nein. Na, hol in dir. Oh nein. Sie auch noch, sie auch noch. Sie auch noch. Gold, 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 ich komm. Ja, haste. Wie ist der, sag doch. Ich glaube die Anti-Lines vertrauens. Die, die Partner. Gnst. 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 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 15 16 Nicht DRAG, okay wir haben keinen Jungner Wollte ich nicht DRAG können wir machen DRAG 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 Yo Oh fuck, ich hab mir mal den Hammer nicht gekauft Wir sollten mal zum Rake gehen Fieser Valve Clear LULU LULU Oh god, das wird nicht high Oder? Wir sind halt auf dem Trip-Belton Wissen die, dass ich hier bin, ist die Frage Spooky-Ghost Nein, die wissen es immer noch nicht, glaube ich Ah, jetzt haben noch einer Spooky-Oh shit Oh shit, das wird nicht gut Hä? Wissen die Naja, die wird überleben Best idea ever Komm rein Ja Oder Wenn sie Track machen, komm rein Oder? Boah, das hat mir noch nie das Pfexchen Du arst Gankling, gehörst zur Hölle Oh scheiße Na Warum macht er keinen Tangle-Smite? Naja Schön Nein Ein etwas rausgeholt Komm mal Oh mein Gott, oh du überlebst es nicht Nein Ding Fuck ey, was war denn das für ein Damage? Ja Ja Mach ganz normal Oh ja Das ist nice und da ist mir voll Dämlich Spielt denn wo Adi, der Typ? Oh ja Cool Ja, ne, nicht nur Ja, geh weg Geht Spooky aus Oh mein Gott, dieses Support Adam, so dämlich Prost Könnte sein, dass die Baron Geh mal Baron Ja, gute Idee Support, geh mal allein zu Baron Ja, bitte Ja Und zielen da noch am besten Ja Bleib mal dabei, bis Äh, da haben die gerade eine Blutdrinket reingesetzt Oh Oh Ja, Rennik in Mitte Wollen wir jetzt den Tower haben Drei Mitte Komme Drei Bist du konjunkt? Komm, komm Ja Der Lucian scheu** Garde in der Ende So ne Pussy Domme Oh Gott, Zero Oh, ich brauch nen Moment Nice Nice Er ist so gut, die Person Vielleicht, ich zun ihn sofort Wenn's gut, wenn's gehen sollt Er flasht Er flasht Oh Gott Ruh durch Ich hab' ich die Raid Irgendwie hab' ich die Dauer davon Von der Saison Oh Gott, ich will den killen Ich will den killen Flash, holt Du, wenn sie bleibt Bleiben Das sind Pussy Ja Hast du irgendwas haben was erwartet? Gibt das Okay Wollte der Ich, ich, ich schau' dass ich ihn hineinkriege Ich schau' dass ich ihn hineinkriege Komm Nein Fuck you Das gibt's doch nicht Dieser Hurensohn von einem Lucian-Spieler Ich glaub's nicht Er starb für unsere Sünden Pah Nice Schön Ah, sieh's genau Aber war nicht der Stunt von meinem Kammer, Kammer, Kammer Ist doch kein Dings Hatfleisch Ultimatter Weiter, weiter Kammer kann dir nix anhaben Kammer kann mich nix anhaben Dem Damage Der hat nichts gesucht Lord Best fucking Donyas World Baron, oder? Er hat sowas von 40 Sekunden Death Timer Fächer hier krieg ich aber auch noch Braynekton, oder? Braynekton hat er TP Nein, von daher ist es egal Was? Good job Good job Bot push für uns, das heißt wir können Mitte bleiben Die Fläuern sagen wir gleich Guck, schaap, juck, juck, juck Hasse dich, ich hasse dich einfach nur Verständlich Ich habe 400 AD, nicht schlecht Klingling ist zwar eine Farmingmaschine Ab nur mal Ich habe 401 AD Ich glaube 300 kann aufziehen Ich habe gerade noch ein paar mehr Ich habe 6000 AD Bündel Bündel Aaaaah Ne Oh Gott, diese Scheissgeister Echt bescheuert Oh Gott, lauf, lauf Lauf Die beiden, die haben einiges Gott, Grango Ah, es ist nicht eingehen Da lauf einem auf Boah, ey Ja okay, war gut War Damage Hat gefasst Und die stacken noch diese Drecksgeister Das ist ja noch das Schlimmste Das ist ja noch das Schlimmste Ich schenke die Scheiss, wenn es sein muss Ich schenke die Scheiss, wenn es sein muss Tippers Okay Drake Wir gewinnen, wir gewinnen das jetzt Achso, lol, warte mal, die haben ja alle tot Ja, müsste gehen Ja, müsste gehen Sofort, instant 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 Und dann verloren Ist aber auch ein ziemlich dämlicher Fight Am Schluss in den Ja Ich weiß auch, wenn der Renekton auf uns geflasht ist Oh niemand zu stun Das hat echt keinen Sinn gemacht Großartig Ja Möge Möge Woll Ja 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 Vielen Dank.